In Foren, Facebook und in den Kommentaren unter meinen Videos stellt ihr mir immer Fragen, die ich auch gerne beantworte. Hin und wieder fasse ich die häufigsten Fragen zusammen in meinem Format 8 Fragen, 8 Antworten. Heute ist es wieder soweit. Hallo und willkommen bei Watch Maxis Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. 8 Fragen, 8 Antworten. Darum geht es heute. Ihr möchtet hin und wieder Sachen von mir wissen, die ich auch sehr gerne beantworte. Und in diesem Format stelle ich die Antworten allen zur Verfügung und nicht nur denen, die mich in Foren, bei Facebook oder in einem Kommentar direkt gefragt haben. Die erste Frage heute war, mit welchem Equipment machst du deine Videos? Ja, das ist relativ simpel. Ich nehme mein iPhone 10, hoffentlich ab Mitte des Jahres ein iPhone 11. Ich habe aktuell ein SmartLev Plus Mikrofon angesteckt. Ich habe auch ein Rode Tisch Mikrofon. Das entscheide ich je nach Situation und was ich aufnehmen möchte. Für die Uhren habe ich ein Lichtzelt und eine Lederunterlage, damit das auch alles gleich und einheitlich aussieht. Ich habe links und rechts zwei Videoleuchten, die bei der Frontalaufnahme wie jetzt mich indirekt beleuchten. Und wenn ich die Uhren aufnehme, über das Lichtzelt ein diffuses Licht auf die Uhr werfen. Das war es im Großen und Ganzen schon. Dann kommen noch so Spielereien dazu wie Powerpacks für die Leuchten. Dann kommen noch Kabel, Adapter, ein Drehteller, ein Uhrenständer und eine ganze Menge anderer Schnickschnack dazu. Aber im Wesentlichen, was für mich wirklich elementar ist, ist das iPhone, das gute Mikrofon, das Lichtzelt und Leuchten. Damit kann ich eigentlich alles überall machen und kriege das auch im kleinsten Raum verpackt und mitgenommen. Die zweite Frage, die ich bekommen habe, war, warum beschränkst du dich in der Hauptsache auf Sinn und wenig auf andere Marken? Nun, zum einen muss ich sagen, das hat sich etwas geändert. Ich zeige auch deutlich mehr andere Uhren und nicht nur Sinn, aber Sinn ist und war für eine sehr lange Zeit und ist immer noch meine Lieblingsmarke in dem Sinne, dass es die Marke ist, die die meisten Modelle hat, die mir zusagen, mit denen ich etwas anfangen kann, die mich reizen zu kaufen. In letzter Zeit ist das ein kleines bisschen breiter geworden, sodass ich auch mir andere Uhren gekauft habe, auch andere Uhrenmarken interessant finde. Aber ehrlich gesagt bin ich damit gar nicht so wahnsinnig glücklich, denn je mehr Marken ich interessant finde, umso diffuser wird meine Sammlung und umso mehr werde ich kaufen. Die Fokussierung auf Sinn war mir sehr recht und sehr angenehm. Das hat aber nichts damit zu tun, dass andere Marken nicht gut sind, qualitativ schlechter sind, sondern schlicht und ergreifend damit, dass bei Sinn mich die allermeisten Modelle direkt angesprochen haben und ich dort immer etwas gefunden habe, was mir gefällt, in der Art und Weise zu dem Preis, wie es gemacht wurde. Die nächste Frage geht in eine ähnliche Richtung. Ich bin gefragt worden, du hast doch schon viele Uhren gehabt und viele verschiedene Uhrenmarken. Was ist denn meiner Meinung nach die beste Uhrenmarke? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt nach meiner Meinung nicht die beste Uhrenmarke. Es gibt sehr gute Uhrenmarken, die bestimmte Ansprüche besser als andere abdecken. Nehmen wir mal als Beispiel, ich möchte eine Uhr haben, die extrem robust ist, nicht teuer und unauffällig. Das muss ich kurz mal rübergreifen hier. Diesen Anspruch erfüllt meiner Meinung nach die G-Shock 5610 am besten. Die Uhr geht nicht kaputt, damit kann man alles machen, sie ist unauffällig, weckt keine Begehrlichkeiten, macht alles mit. Insofern ist das die beste Uhr für einen bestimmten Anspruch. Ähnliches lässt sich mit Sicherheit für Taucheruhren finden, für Uhren zum Anzug, für Uhren, die ein bestimmtes Klischee vermitteln sollen, die ein bestimmtes Image transportieren sollen. Insofern, es gibt in meinen Augen nicht die beste Uhrenmarke. Jede Marke hat bestimmte Stärken und bestimmte Schwächen. Und in Abhängigkeit davon, wo der persönliche Fokus und der persönliche Schwerpunkt liegt, ist dann halt eine Marke besser geeignet als die andere. Natürlich gibt es Marken, die grundsätzlich gut sind. Das heißt aber nicht, dass sie besser sind als andere. Denn gerade bei hochwertigen Marken findet die Differenzierung in meinen Augen in Details statt. Und diese Details wird jeder anders gewichten. Ich denke, es lässt sich relativ deutlich sagen, dass eine Rolex eine bessere Uhr ist als eine Orient als Beispiel. Vorausgesetzt, dass es um Fertigungstechnik, um Werksqualität und solche Sachen geht. Wenn es mir darum geht, dass ich eine Uhr für Gartenarbeit oder für den Segelturn oder etwas anderes haben möchte, ist unter Umständen die Orient besser geeignet, weil ein Verlust, zumindest mich, weniger schmerzen würde. Insofern finde ich nicht, dass man absolut sagen kann, das oder jenes ist die bessere Uhr. Es gibt nur die bessere Uhr für bestimmte Anlässe und bestimmte Kriterien. Die vierte Frage, die ich bekommen habe, war, zeig uns doch noch mal mehr von deinem Co-YouTuber, von deinem Co-Präsenter, von deinem Hund. Also, um das zu sagen, mein Hund ist mein größter Fan. Er unterstützt mich bei allem, was ich mache. Naja gut, solange es Leckerlis gibt und die gibt es hin und wieder. Die Rasse ist ein rein rassiger rumänischer Strachömi, also ein Straßenköter-Mix. Der Hund kommt aus dem Tierheim, aus dem Tierschutz, ist jetzt vier Jahre bei uns, wird Ende des Jahres fünf. Und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wir mögen sie gerne. Der Hund heißt Motte, ist ein Weibchen und ja, das war's. Jetzt habt ihr den Hund gesehen und ich glaube, das Thema ist damit dann auch wirklich abgehakt. Die fünfte Frage war, da spielen verschiedene Aspekte rein. Ich habe immer wieder gehört, meine Videos sind zu leise. Ich habe dann in die Analyse-Tools von YouTube geguckt und habe mir verschiedenste Videos angeguckt. Meine Videos sind teilweise ein bis anderthalb Prozentpunkte leiser als die üblichen Videos. Also minimal leiser, aber gemessen an den Statistiken von YouTube nicht wirklich leise. Wenn ich sie deutlich lauter mache, komme ich in die Gefahr rein, dass der Ton verzerrt. Insofern ist mir ein etwas leiseres Video lieber als ein Video mit einem schlechten, verzerrten Ton. Wem die Videos zu leise sind, das tut mir furchtbar leid, aber ich möchte die Videos nicht übersteuern und verzerren für Einzelne, die eventuell den Eindruck haben, sie sind zu leise. In einem ähnlichen Bereich kam die Frage, ob ich nicht ein Videoskript hinterlegen kann, dass man sich, wenn man es schon nicht versteht, das Video mitlesen kann. Vielleicht sogar in Englisch. Also Englisch fällt insofern komplett raus. Ich mache meine Videos ja auf einem englischen Kanal, so werde ich nicht nach englischen Untertiteln machen. Und das Video als Transkript mit Untertiteln zu unterlegen, ist echt viel Arbeit, die ich mir nicht machen möchte. Es tut mir leid für jeden, der es nicht verstehen kann, aber diese Arbeit geht über das hinaus, was ich bei zehn Videos im Monat schaffen kann. Insofern fällt das leider auch raus. Der sechste Punkt. Ich spiele hier immer so ein kleines bisschen damit, dass ich gerade 1000 Abos hätte und ihr mich selber unterstützen könnt und all diese ganzen Geschichten. Und einer meinte, naja, macht doch eine Verlosung. Und ganz ehrlich, Leute, nein, mache ich nicht. Ich werde keine Verlosung machen. Ich habe auch nicht vor, irgendwelche Gutscheincodes, Rabattcodes für Uhrenmarken unter meinen Videos zu verlinken. Wer das machen möchte, das finde ich klasse. Man kommt günstiger an Uhren. Aber ich möchte niemanden dazu verleiten, eine bestimmte Uhr einer bestimmten Marke zu kaufen aufgrund meines Videos bzw. aufgrund eines Rabattcodes. Das geht mir zu sehr in die Richtung, eine Marke zu pushen. Ich möchte wirklich immer völlig unabhängig sagen, was ich von einer Marke halte, ob mir eine Uhr gefällt. Und ihr wisst, ich bin da auch sehr subjektiv, sehr emotional. Ich mag vieles an Uhren. Ich sage aber auch, was mir nicht so gut gefällt. Vielleicht weniger euphorisch und exponiert als das, was mir gefällt. Aber wer sich meine Videos genau anguckt, der bekommt schon mit, was mir an einer Uhr nicht so gut gefällt und was mir sehr gut gefällt. Und das möchte ich beibehalten, ohne durch einen Rabattcode oder durch eine Verlosung oder durch irgendetwas in dieser Art in eine bestimmte Uhrenrichtung zu drücken. Ich weiß, das macht mir das Leben als YouTuber etwas schwerer, macht meinen Kanal etwas weniger attraktiv. Aber an diesem Punkt bin ich stur und werde das auch weiter durchziehen. Ebenso wie ich weiter durchziehen werde, dass meine Videos werbefrei bleiben. Ich werde keine Werbeblöcke vor den Videos schalten. Falls ihr mich unterstützen möchtet, schaut unten in die Videobeschreibung. Dort sind Amazon-Links. Wenn ihr einen solchen Link aufruft und auch ein ganz anderes Produkt kauft, bekomme ich einen sehr, sehr kleinen Kickback. Darüber freue ich mich. Im letzten Monat waren es ganze 10,63 Euro für den ganzen Monat. Ihr seht, reich werde ich damit nicht. Aber vielleicht kann ich mir irgendwann mal neue Videoleuchte kaufen. Ja, das war also das Thema Verlosung und diese Geschichten. Die siebte Frage, die ich bekommen habe, war, wenn du dich auf deutsche Uhrenmarken beschränkst, dann bist du doch ganz schnell am Ende. Mach mal was anderes. Geh auch mal in andere Länder und sei ein bisschen internationaler. Deutsche Uhrenmarken, dann trocknet dein Kanal relativ schnell aus und du kannst nicht viel zeigen und hast dann irgendwann auch nichts mehr zu erzählen. Dazu möchte ich sagen, diese Gefahr sehe ich nicht. Ich habe jetzt im Augenblick einen Rhythmus, dass ich pro Monat einen Schwerpunkt auf eine bestimmte Marke habe und in diesem Monat drei, vier, fünf Uhren dieser Marke zeige. Und die anderen Videos sind Vergleichsvideos, Übersichtsvideos, Marktanalyse, sowas wie wir hier haben, acht Fragen, acht Antworten, sodass ich pro Monat immer den Schwerpunkt auf einer Marke habe. Und wenn ich jetzt mal gucke, welche Marken ich für die nächsten Monate auf meiner Wunschliste habe, da habe ich Meistersinger, da habe ich Steinhardt, da habe ich Corazon Del Mar, da habe ich Stowa, Turbi, VDB Vintage. Circular, Damasko, Mühle, nautische Instrumente, Ascania, Nomos, Montblanc, Hanhardt und die ganz Verrückten wie Schorokow habe ich noch nicht dabei, die ganz Großen wie Lange und Söhne habe ich noch nicht dabei, Nomos. Also für die nächsten mindestens zwei Jahre habe ich Uhrenstoff zur Genüge, ohne dass ich eine chinesische, japanische, schweizer, amerikanische oder sonstige Uhr zwingend nehmen müsste. Und ich freue mich da total drauf, denn es gibt sehr, sehr gute, namhafte deutsche Uhrenfirmen von Weltruf und genauso gibt es in Deutschland viele kleine, unbekannte und trotzdem hochinteressante Uhrenmarken. Und diese Mischung finde ich extrem reizvoll und deshalb werde ich auch auf diesem Weg zumindest in absehbarer Zeit weitergehen. Die letzte Frage war, mach doch mal ein Video mit einer Zeitwaage. Eine Zeitwaage ist so ein Thema, was immer wieder in meinem Kanal hochkommt und ich möchte dazu mal ganz deutlich Stellung nehmen. Ich hatte mal eine Zeitwaage und habe sie verkauft und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen, ich habe hier kein Riesenstudio, ich habe nicht extrem viel Stauraum und eine Zeitwaage kann ich auf meinem Schreibtisch nicht permanent stehen lassen. Das heißt, ich muss sie wegpacken, aufbauen, wegpacken, aufbauen. Das hat mich unglaublich genervt, zumal der Monitor und die Mikrofonvorrichtung, die Halterung relativ viel Platz wegnehmen, weil die ein bisschen unförmig sind. Damit hätte ich aber leben können, auch wenn ich den Aufwand ziemlich nervig finde. Am Ende habe ich sie verkauft, weil eine Zeitwaage für mich keinen Mehrwert gebracht hat. Ich habe weder das technische Equipment noch die handwerklichen Fähigkeiten, eine Uhr zu öffnen, zu justieren oder zu regulieren. Das heißt, den Einsatz einer Zeitwaage in diesem Punkt, um die Uhr durch handwerkliche Fähigkeiten und entsprechenden Einsatz von Werkzeug zu einer besser laufenden Uhr zu machen, das kann ich nicht. Und dafür brauche ich die Zeitwaage dann auch nicht, um das nachmessen zu können. Nur um zu gucken, ob die Uhr gut geht und Service braucht, dafür brauche ich persönlich die Zeitwaage auch nicht. Denn wenn die Uhr die entsprechende Gangreserve aufbaut und durchhält und zudem bei meiner Tragegewohnheit eine akzeptable Gangabweichung pro Tag hat, bin ich damit zufrieden. Wenn ich merke, dass sich die Gangabweichung über die Zeit verändert, signifikant verschlechtert, dann weiß ich, die Uhr braucht ein Service und geht sofort zur Revision. Dafür habe ich in den letzten mehreren Jahren keine Zeitwaage gebraucht, habe keine Uhr ruiniert und bin damit sehr, sehr gut gefahren. Ich bin eben kein Handwerker und aus diesem Grunde ist die Zeitwaage für mich ein überflüssiger Luxus in dem Sinne, dass sie einen Funktionsumfang bietet, den ich nicht nutzen kann und auch nicht nutzen werde. Bei einer gebrauchten Uhr, die man sich holt, könnte man dann sagen, dann kann man gucken, wie die Uhr läuft. Das kriege ich aber auch raus, wenn ich die Uhr drei Tage getragen habe, dann weiß ich auch, wie die Gangabweichungen sind und wenn ich sie voll aufgezogen liegen lasse, sehe ich, wie lange das Werk durchhält. Das reicht mir persönlich als Einschätzung und aus diesem Grunde brauche ich keine Zeitwaage und werde auch aus diesem Grunde voraussichtlich in naher Zukunft kein Video über eine Zeitwaage machen. Ja, das waren 8 Fragen, 8 Antworten. Es hat euch gefallen, hoffe ich. Falls ja, lasst gerne einen Kommentar da, schreibt mir, was ihr in dem nächsten Format dieser Art sehen möchtet, stellt weiter eure Fragen. Ich beantworte sie gerne und das nächste Video ist wieder eine Uhr, versprochen. Bis dahin, tschüss, euer Axel.